Zum Be- und Entladen von Maschinen sind Doppeltüren von ITEM ideal. Hier gibt es keinen störenden Mittelposten. Der Stülptür-Arretierungssatz von ITEM vereint Komfort mit höchster Sicherheit. Eine fast unsichtbare Mechanik macht's möglich. Sie funktioniert automatisch. Der Stülptür-Arretierungssatz verriegelt beim Schließen des zweiten Türflügels den ersten von selbst. Auch beim Öffnen muss kein Riegel zusätzlich bedient werden. Das erhöht die Sicherheit und den Komfort. Der Stülptür-Arretierungssatz von ITEM verschließt die passive Tür zuverlässig und automatisch. Mit einem einzigen Schloss werden die Doppeltüren sicher und zuverlässig verschlossen. ITEM – Ihre Ideen sind es wert.